Hier möchte ich euch mal einen frischen, sommerlichen Salat mit Honigsenf-Joghurt-Dressing vorstellen, der für Grillpartys zum Abnehmen und einfach mal für zwischendurch bestens geeignet ist. Und das Schöne ist, dafür braucht es gar nicht viel. Aus diesen Zutaten macht ihr einen herrlich frischen Salat. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich Willkommen! Dieser Salat auf dem Salatbuffet einer Grillparty und ihr seid die Helden. Für diesen Salat benötigt ihr 4 reife Tomaten, eine Salatgurke, eine halbe Zwiebel, frischen Schnittlauch, 300 Gramm Naturjoghurt, 1 Teelöffel Agavendicksaft, 2 Teelöffel Kräutersenf, ich habe den selber gemacht, 1 Esslöffel Essig und eine Prise Salz. Hier oben gelangt ihr zu meinem Video, wie ich Kräutersenf selber mache. Das dürfte ein halbes Bunt Schnittlauch sein, so genau weiß ich das nicht. Ich habe ihn nicht gekauft, sondern bei mir wächst er im eigenen Garten. Und statt Honig nehme ich Agavendicksaft. Dann wie gesagt, meinen eigenen selbstgemachten Kräutersenf. Und 300 Gramm Naturjoghurt, der darf ruhig 3,5% Fett haben. Die Gurken hatte ich im Übrigen schon geschnitten und etwas gesalzen und dann in ein Sieb gegeben, damit sie abtropfen können. Jetzt sind die Tomaten dran. Als erstes den Strunk entfernen und dann schneide ich die Tomaten in relativ kleine Stücke. Das hat folgenden Grund. Wenn ihr diesen Salat auf ein Salatbuffet stellt, dann sind dort wahrscheinlich viele Salate. Und gerade bei einer Grillparty oder Party überhaupt, möchte man vielleicht mehrere Salate auf seinen Teller legen. Da passt das nicht und sieht das auch nicht gut aus, wenn die Tomatenstücke zu groß sind. Die halbe Zwiebel wird dann in Würfel geschnitten und die andere Hälfte wird verpackt, kühl gelagert und für den nächsten Salat genommen. Die entwässerten und gut abgetropften Gurken kommen in einer Schüssel, die Zwiebeln dazu und dann auch die Tomaten. Alles miteinander vermengen. Und dann geht es auch schon ans Dressing. Den Joghurt in eine Schüssel geben und den Schnittlauch dazu. Dann den Agavendicksaft und den Genf unterrühren. Mit Essig und etwas Salz abschmecken. Gut verrühren, noch etwas ziehen lassen und dann ist auch das Dressing für den Salat fertig. Und hier ein Anrichtebeispiel. Wer mag, kann das Dressing natürlich auch direkt zum Salat geben. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.